Willkommen zur nächsten Folge FC Mobile 24, ich glaube zur 10. Folge irgendwie so fand das, ja heute Witzka auf jeden Fall, sorry, erstmal dafür, dass es in den letzten 2 Tagen keine Videos gab, erstens wusste ich nicht, was ich machen soll für euch, und zweitens war ich gestern unterwegs, ich war wieder im Stadion, Hi, genau, und heute auf jeden Fall wieder Packlines, vielleicht kriegen wir Luck, und mit etwas Glück vielleicht die 92er Guess, ich bin gespannt und gehypt, gut, auf jeden Fall würde ich sagen, morgen Grüßlinge wieder, auf jeden Fall deswegen in die Kommentare schreiben, ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Packline, vielleicht haben wir heute Luck, und ich bin gespannt und gehypt, ich bin auch gespannt, wann endlich mal das erste Event kommt, ne Leute, es muss ja wahrscheinlich, weil, ich denke mal, dass in 2 Wochen das erste so Event kommt, so, weil, ähm, das halt hier, oder in 11 Tagen, oder ja, in 14 Tagen irgendwie, sofern aus in 2 Wochen vielleicht das neues Event, weil, auf jeden Fall kann man in 11 Tagen, ähm, das letzte hier freischalten, wo man auf jeden Fall dann hier den, ähm, das Packer öffnen kann, Leute, 85er bis 93er, Haltemitzka, genau, ähm, auf jeden Fall, was ich machen wollte, Anstoß, so, erst Packline zum Reinkommen, haha, 70er bis 94er, vielleicht sind wir irgendwas krasses, ich glaub's nicht, ähm, ja, ich hab, ähm, in diesen Packs noch nie, was, ähm, gut ist gezogen, irgendwie, Friedl von Werder Bremen, von Bremen, äh, von Bremen, äh, ja, 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 ah ja, das haben wir auch ja heute, ne, das haben wir auch heute, ähm, neue Team, was gibt's da noch, ah ja, äh, ja, gut, kann ich nochmal irgendwas abholen, irgendwas abrufen, äh, machen wir mal das hier, machen wir das hier, 30.000 Coins, ja, zack, die Bohne, haha, ja, 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 so, hab auf jeden Fall jetzt fast 1,5 Millionen Coins am Start, die Madly, so, neue Tore, da kann ich auf jeden Fall auch das hier abrufen, hier, 60er bis 69er, Batzungen würde ich sagen, was, mal gucken, was wir hier kriegen, ähm, einen, ähm, okay, drei Spieler sogar, kriegt man drei Spieler, kriegt man da, so, als nächstes auf jeden Fall, den Ball kriegt man hier als nächstes, ähm, und ich bin auf jeden Fall auch, ähm, bald durch, mit dem Ding hier, mit dem neuen Tore Pass, sag ich mal, bin jetzt hier Level 9, und auf jeden Fall geht's bis 13, und, ähm, ja, das ist auf jeden Fall wild hier, ne, 84er bis 92er, das ist geisteskrank, haha, hier geht's aber erst bei Bonus 18, ne, ähm, äh, bei Bonus 11, genau, und ich würde sagen, Leute, wir machen weiter, ich will noch mal ganz kurz, Leute, in den Pass gucken, ne, ich hab gesehen, dass Moe und so, und Stürmi, ähm, Stürmi, kennt ihr zwar nicht, ähm, ist Montpapackstrader, auf jeden Fall, dass die, äh, den Pass schon durch haben, ne, alter Falter, also, ich bin grad erst mal Level 49, und die sind halt schon durch in den Pass, ähm, ja, ähm, ähm, kann man mal so machen, ne, gut, auf jeden Fall, neue Tore, neue, neue, neue Tore, ähm, neue Teams, so, herausforderung, haha, hier, genau, so, ähm, an 76er bis 89er, plus auf jeden Fall Teil 2, ähm, und mit etwas Glück können wir auf jeden Fall jetzt hier in Kunku ziehen, ne, Leute, 89er in Kunku, ähm, ja, auf jeden Fall wäre es wild, wilder Hase, auf jeden Fall habe ich auch schon Kiese abgeholt, ne, ähm, die kann man halt, glaube ich, nicht verkaufen, ne, so, Päcklein, was kriegen wir, Teil 2, und einen 79er Boga, ja, Schmutz, haha, so, auf jeden Fall noch zwei Teile, dann auf jeden Fall gibt's dieses Päcklein, ne, 85er bis 93er, ja, auf jeden Fall wild, wilder Hase, haha, so, gut, würde ich sagen, Leute, machen wir weiter, machen wir weiter, ah, es gibt hier auch die wieder, Leute, ne, es gibt auch die Päcker jetzt wieder, würde ich sagen, auf 35 Mal kann man das machen, alter Falter, okay, haha, ähm, was kriegen wir, ein 73er, Schmutz, haha, was kriegen wir noch, was kriegen wir noch, wieder einen 65er, ja, auch Schmutz, ich würde sagen, Leute, ne, ich mach natürlich die 5 Gems Packs, aber ich würde sagen, ich schratter das hier durch, ne, Leute, würde ich sagen, garantiert dann beim 35. Kauf gibt's auf jeden Fall 82er bis 94er, das ist auf jeden Fall sehr nice, was auf jeden Fall EA eingeführt hat, ich würde sagen, Leute, wir machen erstmal hier weiter, 3 Päckleins davon, dann würde ich sagen, huschen wir nochmal zu den anderen, haha, vielleicht sind wir irgendwas, oh, Walkie, oh, Walkie, 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 ah, auch wieder Aubameyang, nein, Aubameyang, 380, ah, ja, immer wenn ein Gabun kommt, ist es Aubameyang, Punkt, gut, auf jeden Fall wird es auch 200.000 Coins, und auf jeden Fall nochmal ein 74er, und ich würde sagen, Batsch, Junge, das nächste Päcklein, haha, Kein Walkie, 67er, ah, ja, würde ich sagen, gehen wir nochmal hier rein, hier rein rein rein, ah, das kriegen wir, kein Walkie, 64er, ja, Schmutz, nächste Päcklein, Schmutz, wir rattern durch, haha, Schmutz, Schmutz 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 Zerbrücken Schmutz 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 Ja 14 Packlines Mal kurz überlegen Weil ich hab schon Bock Auch eigentlich auf das 84 Packline Oh man kann hier Alter ne 85 bis 94 Okay Ich hab mir das eigentlich noch gar nicht so angeguckt Die ganzen Angebote hier Was man so kriegen kann Bei Spezial zumindest Muss ich mal Limitiertes Angebot Was gibt's hier 150 Ja Viel zu wenig 57 So Leute Let's go Ich hab Bock Irgendwas wildes zu ziehen Ich hab Bock Irgendwas wildes Heute zu ziehen So Es geht weiter Das wird heute auch wahrscheinlich XXL Aber ich muss aber jedenfalls Durchrattern jetzt hier Ganz schnell machen Hier Let's go So Schmutz Schmutz Ich kann aber eigentlich Hier zack 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 so machen So Würden Schuh draus So Würden Schuh draus Ja Schmutz 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 Und Schmutz So 12 Packlines noch Okay Ja Schmutz 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 Was ist das denn Muss ich wohl Was machen Ich brauche noch 6 Packlines 6 Packlines Let's go So Wo war das jetzt hier Ich bin lost Ich bin lost Ich bin lost Batz Junge Batz Junge So Wieder Schmutz So Oh Walkie Belgien Stürmer Ach Was ist das denn Sie macht sogar Lukaku Ey war das jetzt schon das Das Dings Ah das war schon das garantierte Ah Hätte durchaus besser sein können Fähend aus Naja Gut Würde ich sagen Nichtsdestotrotz Machen wir nochmal das hier Aber Nochmal ganz kurz hier Lukaku verkaufen Vielleicht können wir den Mieten im Video dann verkaufen hier Äh Meine Spieler Lukaku Ramelu Lukaku 2,1 Millionen Coins Kostet er auf dem Markt auf jeden Fall Der Lukaku Ähm Obomiyak auch nochmal verkaufen Hier Zack Die Bohne Zack Die Bohne Zack Die Bohne Zack Gut Oh da hat er schon verkauft Na oder kann das sein Der hat schon verkauft hier der Gute Ja alle beide schon Okay Und wie viele Coins haben wir jetzt 4 Millionen Jetzt mal kurz gucken Leute Ob ich schon Linika kaufen kann So meine Lieben Freunde Kurzer Cut Wir haben noch 2 Packlines Ne Wir haben noch 2 Packlines Und ich habe Linika gekauft Leute Den werde ich auf jeden Fall gleich Rein trainieren In mein Linika im Team So würde ich sagen Leute Der Ball Bringt uns jetzt die Lack Das ist auf jeden Fall Ja so ein komischer Ball hier Keine Ahnung was es ist Leute Vielleicht kriegen wir irgendwas Ich bin gespannt Geil Batzung was kriegen wir Kein Wookie Aber wirklich heute Überhaupt kein Lack gehabt Ne Ich würde sagen nochmal Das letzte Packline hier Und wie dann Ach immer diese komischen 60er Ne Die kein Mensch braucht So Auf jeden Fall habe ich mir Linika geholt So Batzung würde ich sagen Den trainieren wir jetzt rein In mein Linika im Team Vielleicht haben wir dann hier Die 200iger geknackt Endlich So Rangaufstieg Da ist er Bam Junge 91er Linika Boom Haha Yeah yeah Weiter So Immer noch die 91 Ah Junge Wenn ich mal die 92 haben Hast du das So Turnieren 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 Zack Ach nochmal Achso lol Nochmal Zack 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 Achso das war erst Level Ähm Dann 7 Batz 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 Alter das dauert ja lange Ah bei level 15 Muss man dann trainieren Oder was Boah Okay Okay Krass Let's go 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 Aber ich hab so viel gezogen ne Ronadino Das ist ein Skywalk Das ist ein Skywalk Das ist ein Skywalk Vielen Dank.